Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück bei Rust. Ich glaube, ich klatsche jetzt hier schnell meine Workbench hin, weil die kann man ja danach wieder wegbasteln. Weil sonst muss ich noch knapp 10 Minuten warten. Ich mache das mit der Felgtür. Ich setze hier hinten Spikewalls rein. Mo ha 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 ha. Da setze ich ganz normale kleine Holztür rein, ohne Kot und alles. Ich mache das mit der Felgtür. Ich mache das mit der Felgtür. Ich mache das mit der Felgtür. Ähm, okay, ich habe Farb-Tag. Hast du noch Holz? Also richtig normales Holz? Was ist denn die Scheißteile? Riesig. Ähm, ich wollte hier zumachen. Bitte? Ich wollte hier eine Wand reinmachen. Ähm, die Scheiß... Geh mal bitte raus, nicht, dass ich dich mit dem Scheißzeug einsperre. Guck dir mal an, wie groß die Dinger sind. Und das sind die Kleinen. Ja. Du kannst... Ich kann die Tür nicht schließen. Hast du die mit Passwort gemacht? Sooo und hier geht es einfach ins Stockwerk rauf, haben wir gesagt, gell? Ich würde aber gerne die Treppe in kleine Stückchen versetzen, also sie hier hinbauen, wenn möglich. Ich weiß bloß gar nicht, ob das geht, dass er halt in einem Zug, dass du hochlaufst. Ich weiß bloß nicht, ob das funzt. Okay. 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 Das ist jetzt schon doppelt, gell? Also die hier vor mir. Okay. 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 gut. Okay. 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 so doof ausguckt. Ich will aber keine Tür. Ja, kannst du warten, was dich da drin ist? So, meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.